Endlich sind die Bibeln angekommen, 180 mal das Neue Testament mit Psalmen und Sprüche, Schlachter 2000 Version. Ja, das gehe ich dann die Tage mal verteilen, 180 Stück. Die Farbe ist auch sehr schön, auf jeden Fall. So leicht kann man Sachen verteilen und selbst wenn man sehr, sehr viel arbeitet, kann man immer noch die Tage, die man Freiheit dafür nutzen, so etwas zu bestellen. Die kosten nichts, freiwillig, man kann spenden, man muss nichtmals irgendwie Geld dafür bezahlen, das heißt die Dinger kriegt man kostenlos. 180, du könnt auch 300, 400, 500 solcher Bibeln bestellen, Flyer, Broschüren, also alles was ihr wollt. Gibt es auch kostenlose, natürlich auch welche, die was kosten und ja, wenn man was geben will, soll man es geben, wenn nicht. Das Wichtigste ist, dass wir auf jeden Fall das Wort weitergeben. unbelievableació Islands!